ich meine jetzt dafür dass das hier alles unter wasser ist und schon mindestens 1000 jahre hatte ich gefühlt funktioniert die uhr noch ich brauche die unbedingt auch da muss ich wahrscheinlich hin das ist nur optional ja natürlich muss ich dahin von der anderen seite abgeschlossen wie sollen wir ich glaube da pass ich durch helfen sie mir mal oha heiße strümpfe wir feine dankjew und how about you geht es nicht schneller ich krieg das ding nicht ich versuch's ja moment noch da liegt was neben dir keine fotos blöder paparazzo dass der menschheit Ich glaube, die haben immer ein Lockpick mit dabei. Das ist immer gut. Die müssen nach da, also gehen wir erst mal nach hier hin. Der König und das Vaterlandsschrein sind die schlimmsten Zerstörer. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es, die die Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. Ich habe nichts gefunden. Oh nein, das wollte ich gar nicht machen. Jetzt sind wir wieder beduselt. Das nehmen wir schon mal nicht. Oh man, finde ich das jetzt einfach nicht, weil ich zu doof bin? Oder kann man das erst nachher finden? And very hot? Oh my god. It's very hot? Like that? Or you are hot? Ich kann nicht mehr diese Tommy Gun anwählen. Das finde ich relativ scheiße. Was ist das? Beef Tasche. War nix. Was ist das? Oh man. Es ist so super gruselig und ich glaube, wenn sich jetzt dieser Bär da bewegt. Vielleicht kriegen wir das ja auch vielleicht noch erst mitgeteilt. Das wäre... Da habe ich mich das gleiche gefragt. Ja, ich bin so ein bisschen unschlüssig bei so vielen... In Ordnung. Ich sehe mir mal das Abluftrohr an. Sei lieb. Keine Spur von ihr. Wir müssen wohl doch den Thermostat hochdrehen, um sie rauszuscheuchen. Hier lang. Aber ich will doch diese Mikrowelle haben. Kann das nicht bitte jetzt jemand irgendwie nachgucken, wie dieser Code da ist? Oder wo ich das zumindest finde? Weil ich weiß das echt nicht und ich will diese Waffe unbedingt haben. Oder? Ja, ist ja gut. Oder wenn jemand einfach nachguckt und sagt, ja Coco, chill, du kriegst es nachher noch irgendwie, keine Ahnung, danach. Also das wäre sehr nett. Ja! Er ist unsere einzige Chance. Ist ja gut. Wir müssen zum Thermostat. Ja, es ist doch gut. ich fühle mich aber hier gerade sehr sicher und schön und ich kann es nicht nehmen werde ich wahrscheinlich auf ewigkeiten mit der mit der schrot spielen müssen selbst da kann ich den nicht anfassen ich glaube der war auf einem trug man ich glaube das hat mir aber damals schon vorher schon geklärt kurz dachte ich warum kann die tommy gar nicht mehr aus mal kurz gucken mal das war bild ab genau das war das geschäft zurück an den absender so auch 3,9,5,8. Scheiße. Ich glaube, wir kommen da momentan gar nicht hin. 3,9,5,8. Also, wenn wir sie gerettet haben, können wir die holen. Weil wir können da momentan nicht hin. Könnte es sein, aber ich komme da nicht hin. Ach so, wechsel ich! Es klappt nicht. Schalten wir ihn ab. Wenn wir ihn abschalten, klappt es nicht. Wir müssen ihn abschalten. Wir verletzen sie sonst. Sally! Sally? Sally, ich bin's. Ich bin's, Bucke. Sally, los, komm. Ich hole dich hier raus. Sally! Komm jetzt sofort raus! Sally! Mama! Oh, mein Gott. Oh! Oh, du bist aber nah. Ich seh nichts. Ich bin in dem Dipp. Ich bin in dem Dipp. Ich bin in dem Dipp. Ich kann er nicht weg. Ich bin reingebackt. Doch nicht. Ich bin in dem Dipp. Ich bin in dem Dipp. Alles ist gut. Ist sie... Da. Das ist Sarah. Sie kommt dich besuchen. Ich gehe nach Hause. Willst du nach Hause? Sie tun mir weh. Sie ist nicht ihr Kind. Sie gehört mir. Lassen Sie sie los. Lassen Sie sie los. Lassen Sie sie los. Sie gehört mir. Sie schließt sie. Abschalten. Schaltet die Maschine ab. Sie müssen sie durchziehen. Schaltet die Maschine ab. Sie ist noch nicht durch. Abschalten. Nein. Ich bin in dem Dipp. Ich bin in dem Dipp. Das sah eine Kind. Sie gehörte nicht Ihnen, Comstock. Ich auch nicht. Aber Sie mussten mich besitzen, nicht wahr? Das stimmt nicht. Und als die Schuld zu groß wurde... ...so sollten wir Ihr Problem lösen. Ihnen eine Zuflucht bieten, wo Sie vergessen konnten. Wo es überhaupt nie eine Anna gegeben hatte. Comstock stand nie zu seinen Fehlern, nicht wahr, Bruder? War nie zufrieden mit seinen Entscheidungen. Immer bestrebt, das Leben anderer als sein eigenes auszugeben. Elisabeth. Kind. Es tut mir so leid. Nein, tut es nicht. Aber gleich tut es dir leid. Oh ja! Oh ha?